Herzlich Willkommen zu einem neuen Video endlich mal von mir. Heute im Wintermodus. Ja, es ist nicht immer so einfach für mich gerade Videos zu filmen. Wir haben einfach so einen Schneesturm. Ich werde mal schauen, ob ich spontan jetzt so ein Video machen kann. Aber es ist wirklich, wirklich ein heftiges Wetter. So, wir machen jetzt erstmal Futter. Das sind Heukorps ohne Mitlassung der Getreide mit Rüben-Schnetzern. So, ich miste jetzt erstmal aus, inwiefern man ausmisten kann, weil hier ist alles zugefroren. Äppel, der Boden etc. Also so ein Wetterchen hatten wir schon lange nicht mehr. Nicht in Brandenburg oder in Deutschland generell wahrscheinlich. Naja, fangen wir mal an. Ausmisten dann. Ja, ich miste nur sonntags aus. Und zum Glück haben wir beheizte Tränken bekommen seit neuestem. Es funktioniert, weil, ja, bei dem Wetter immer Wasser schleppen und dann friert das eh immer alle paar Stunden ein. Ja, das erspart einiges. Ja, bei so einem Wetter achte ich doch auf, dass Mahler vorher noch was zu trinken bekommt, bevor es losgeht zum Reiten. So, ich hole den Mahler jetzt mal vom Paddock, wenn er da mitkommt. Oh, dieses Wetter. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir heute machen sollen. Muss ich mal schauen. Ja. Ja. wieder auf das Wasser. 1,5 cm. Denn zur Tiefe ist leichter! Eigentlich ist es gar nicht leid. Vielleicht ist es so schön, ist es Teil unschall. Da war's immer noch, ein Monster. dann habe ich mich spontan dazu entschieden einfach mal zum allerersten mal maler mit halsring zu reiten bei minus 6 grad leichte lenkungsschwierigkeiten am start ja zwischendurch ein bisschen unbeholfen wir beide aber ich wollte es nicht rausschneiden so ist das halt wenn man anfängt schaut mal wie glücklich maler guckt und so entspannt die ohren schlackern das maul ist total entspannt klar die lenkungen sind noch so ein bisschen unbeholfen aber ihm hat das so viel spaß gemacht es hat mich so sehr gefreut ich hatte gar nicht erwartet dass es so gut mit ihm klappt obwohl es kalt ist und andere pferde regelmäßig durchgehen maler war wirklich toll bei der sache hat sich endlich mal auch ganz nett über gewichtshilfen reiten lassen und der hatte viel mehr gold diesmal ist ab und zu auch mit dem rücken nach oben gekommen also das war wirklich eine tolle übung zwischendurch für ihn da er beim reiten wie viele von euch wissen ja oft bockig ist klemmt sich mit dem rücken festhält und das hat ihm anscheinend ganz gut gefallen ups der versuch ist wohl gescheitert dann gleich noch mal versuchen ja die bremse war kaputt das muss ich noch mal üben u u u u Ich liebe es, wie Mala immer so entspannt nach der Arbeit ist und nicht mehr so ein kleiner Zappelfilip. Das ist echt so niedrig. Nach der Arbeit bekommt Mala dann immer seine Vollkops und das Schlonzi aka Mesh für Magenpferde, das ich selber mache. Yummy! Dieses Video war sehr chaotisch. Mala kriegt noch eine Möhre. Der war heute mal wieder ein Engel für diese eisigen Temperaturen, dass wir zum ersten Mal hoch mit Halsring gerippen sind. War das natürlich für ein 4-jähriges Pferd absolut fantastisch. Ja, das hat mir gefallen. Ja, die Leute haben wahrscheinlich auch gedacht, ich bin ein bisschen gegeistesgestört nach vollen Halle zum allerersten Mal. Direkt losgelegt mit Halsring. Aber naja, ich vertraue dem Maler einfach. Und so bitter gefroren habe ich noch nie in irgendeinem Video von mir. Es sind wirklich so Temperaturen wie damals, als ich in Kanada war. Also minus 10 Grad oder so. Wirklich heftig. Ja, und ich habe mich immer gefreut, endlich mal wieder so ein Video zu machen. Aber ja, es ist immer so aufwendig. Und zur Zeit habe ich auch keinen, der mich filmt. Deswegen kommen jetzt nicht so viele Videos gerade. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Maler hat keine Lust mehr und geht jetzt. Und bis bald. Bis bald.